Der Dienstplan finde ich ganz klassisch sehr flexibel, also da redet man sich wirklich zusammen, wann hast du Zeit, wann möchtest du frei haben, wann brauchst du frei oder wie geht es bei dir die Wochen am besten. Wir machen es wochenweise das ganze Dienstplan mäßig, nicht für einen Monat vor, sondern es kann ja spontan irgendwas dazwischen kommen. Und was auch geschätzt wird, dass man oft und hoffentlich noch öfter jetzt so Mitarbeiter festeln oder außertürlich was haben, was oft sehr lustig und sehr lange Gedächtnis bleibt. Perfekte Mitarbeiter soll einfach für den Betrieb überleben irgendwie, weil es ja trotzdem sein Götter will. Ideen einbringen, flexibel, kreativ und was bei uns ganz wichtig ist, weil es wirklich ein Familienunternehmen ist, Ehrlichkeit und offenen Amgang miteinander. Faire Amgang.